Musik Was sagt die Bibel von deinem Ei? Was ist dein Mann seine Abgaufe? Und was soll dein Frieden tun? Was merkt ein glücklicher Ei? Willkommen zu der Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mein Name ist Wes Heppner und von dir besonders, wie seid ihr Segend, mit einer Botschaft von Ältesten, Donald Niefeld, von Ei. Wir wollen das erste Pod von dir haben, das zweite Pod, nächste Weg, und wieder gehen in das Ei und die Botschaft von Markus Kapitel 10, wo wir haben gelebt von Ei und wieder Zeit nehmen für das. Das Christentum in der Gemeinde hält sich an die Gärtliche Familie. Und die Gärtliche Familie fängt an mit einer christlichen Ei. Und ich wünsche, die können sie hier lernen und wissen vielleicht, dass deine Ei persönlich können vielleicht besser sein als dein Essen. Wir wollen das erste Pod von der Botschaft von der Harchen von Donald Niefeld. Und dann nächste Weg, das zweite Pod. Für wir gehen dann, wo wir taub beten. Himmlischer Vorder, wir danken dir für das Tag, wir danken dir für das ihr Lern hat, ab das Radioprogramm, dein Wort rüht zu breiten. Himmlischer Vorder, ich bete, dass du mit jeder Tag hier wirst sein, dass du wirst zu Ende reden, wo ihre Ei kann wirklich ein Segen sein für jede Part, aber nicht bloß für Ende, aber für ihre Kinder, für ihre Familie, für ihre Gemeinde, für all dein Raum. Himmlischer Vorder, danke schön für dein Plan von Ei, und wenn wir dein Plan noch folgen, dann sind wir ihr Segen. Ich bete, dass dein Wort wird gereet worden, dein Weg und dein Wellen, und du wirst alle Eer davon kriegen. Ich bete, in den Namen Jezus Christus. Amen. So, nun wollen wir in Leid gehen, und dann, das ist die Botschaft, das erste Pod von Ei, von Donald Niefeld. Gott mögt die ganze Welt, he mögt die Scheinen frei. Morgen früh, in Etien du, und he mögt mich für dich. Für die jungen Dachen, mit der Leid, oder du hast für mich. Gott, die Aft, die Leid, und heiten, merkt dort immer nie. So, leid, toll, ich bin Geduld, ich leid, es sei ja gut für mich. Leid, es tjaß, ich leid, die Wiese, ich leid, das Leid, und heid, ich leid. Himmel, und heid, sprügt die Herr, mit Stier und Spohnen, Sonn, die Eierstaunt, es hängt, für die Frühe, und die Maun. Dwei verschiedene Menschen, kommen, tauben, woher neint. Leid, schaft, und wundert, woher dann sei, wie, wo, dort meint. So, leid, toll, ich in Geduld, ich leid, es sei ja gut für mich. Leid, es tjaß, ich leid, die Säge, das Leid, und heid, ich leid. Da steht uns M.A.P. ab den Lebensstich, halten, halten, da, 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 lohten, sehr wenig. Die Ohren, und die Tieden, woher neid, der in Joach, weit. Die Säge, da, wo, fern, leid, hier, in uns leid. So, leid, toll, ich in Geduld, ich leid, es sei ja gut für mich. Leid, es tjaß, ich leid, wie sich Gott, es leid, und heid, leid, So, leid, toll, ich in Geduld, ich leid, es sei ja gut für mich. Leid, es tjaß, ich leid, wie sich Gott, es leid, und heid, leid, ich leid, ich leid, ich leid, ich leid, ich leid. Eine Eue, die entsteht in drei Bürgstufen. Du hast der eine Eue, dann ist der Haar, dann ist Ware eine Eue. Und wenn der Haar da nicht wäschen ist, dann darf das nicht eine Eue. Dann darf das bloß Eue in Eue. Dann meint er bloß bloß Eint in Eint. Weil wenn der Haar da erst wäschen kommt, dann sagt man, da ist eine Ehe. Und wo Jesus nicht der Mettelpunkt ist, wo der Haar nicht in der Mette steht, da werden bloß einmal zwei Menschen sein, die werden sich das ganze Leben lang sanken. Und wenn der Haar da in der Mette ist, das ist der Haar Jesus, dann ist es nur eine Eue vollkommen. Dann ist es nur eine Eue glücklich. Und ich will auch ganz am Anfang sagen, dort wird der Haar auch sein Ziel, wie sie Adam und Eue verschaffen dort. Er will immer der Mettelpunkt bleiben von ihr Leben. Weil sie nicht alles haben, dass sie so eine Sache nicht, dort nicht von dem Baum ähnen. Aber Adam und Eue entscheiden sich anders. Von dem, der wir aus Eue liet immer noch weiten, wir sind von Gott beschränken, dort ist vom Paradies noch immer geblieben, dort wir deren eine Eue haben. Und der Haar will immer noch der Mettelpunkt sein in unserer Eue. Der Jesus Christus habe, weil er diesen Tod redet, und wir dürfen dem Haar in unserem Mette haben, in unserer Eue. Da, wo wir zum Glauben kommen, da sind, ich bin ein schworer Mensch. Da, wo wir uns gespeichert haben, wo wir taubt im Haar haben, haben wir angenommen, fangen unsere Eue auf einmal ein anderes Leben an. Wir haben verheirat, einmal taubt zu beten. China hat uns geliefert, aber wir müssen taubt beten. Mit den anderen sind wir den ja gar nicht. Und wenn ich war das schon einmal verheirat, dann an den Ohren, wo ich mich betiert, da war das erste Mal, wo ich meine Frühe reingang, und ich lerde in meine Heingang und ich fange an zu beten. Und ich denke, dass Jesus Dankeschön sei für die Radung, ich danke dem für meine Frühe, und sind für mich selbst alle frem, weil ich in dort gebeten lebe, dort will Satan uns wegnehmen. Ich werde noch mal ein paar Werte im Glauben, dann auf einmal kann ich mit mir beten. Ich schäme mich für meine eigene Stämme hier. Dann sehe ich, meine Frühe, wo ich bloß verschläge, ich glaube, ich weiß nicht, was ich meine verschläge, bloß auf der Stelle ist, was die Haare bräseln. Ich sehe, ich will so viel verschläge, dass die dort hier gekostet, dass ich da was sehe. Dann wach, wenn ich da ist, dann kostet die auch zu starten, dort soll ich ans Gebetsleben sein. Das ist eine Schöne, aber so deutlich wie das. Ich verschläge, mein Gebet auf den Haaren vertreuert uns, sei das erinnert, und dann sehe ich dir auch, ich sage, das geht nicht. Ich sehe, du, wo wir ohne Gott gelebt haben, wo das Haar nicht in uns mit wird, wie wir bloß einmal ein und ein, jeder dachte, das sehen wir, ich sehe, du können wir uns alle sagen, du können wir immer blühtes reden, einer zum anderen. Ich sehe, du hast es, der Haar ist in die Welt von uns gekommen, warum ich nicht blühtes sein soll. Nein. Ich sehe, ich glaube, dass es in den Fingernsperl, dass wir nicht können, ob Lüttes zu beten. Ich sehe, ich war von dir, ob Lüttes anfangen mit beten. Ich sehe, wenn ich vorhin sehe, dann würde ich auch bis 15 Jahre anbeten, weil wir uns nicht mehr lüten zwei machen. Weil ich in der Welt gekommen bin, war von mir anfangen, ob Lüttes zu beten. Alles, was ich sagen konnte, ist, Jesus, danke schön, dass du mir Rat hast. Ich habe mich drehend gebeten, ich habe mich drehend gebeten, mein Müll wird drehend. Meine Frau, ich sehe, ich habe mich drehend gebeten, dass wir uns nicht mehr lüten, wie wir uns nicht mehr lüten, wir scheinen, genießen, dass die Haare wirklich Mittelpunkt sein in unsere Eier. mit einmal ein Tag sage ich zu meiner Frau, wie können wir noch von den Kindern beten? Weil wir mal anfangen, mehr wird ans Töte zu sagen, zu uns gebeten. Wie kann denn eine schöne Versammlung zu sein? Wie wäre niemals auf dem Eier Thema, wo ihr warst? Wie kann denn nicht auf Lüttes beten? All die Dinge werden uns fragen, ob ihr gefällt, ihr es leider anzunehmen, wir sollen anders merken. Dann kann ich mich noch erinnern, dann das nächste Mal, wenn wir Töte beten, dann seht ihr euch, es ist Dankeschön, dass du mir geraten hast, Dankeschön für meine Früh, wirst du auch an die Kinder raten. Dann dachte ich, ich habe ein langes Gebet gesagt. Und so habe ich geworfen, ein Tag auf einmal. Und einmal kommt es an, wir sollen auch Samarins, wenn wir abweichen, wir sollen auch durch Töte noch auf Lüttes beten. Und so da wird der Bad von dir auch noch einmal. Wenn wir uns durchleihen, wir beten, wenn wir Samarins abgestohlen sind, wir lesen Töte das Wort Gottes, wir beten, war er top. Von dir, die wir dem Herrn so dankbar sind, dass er uns geholpen hat. Wenn wir uns nicht mehr haben, wenn sie angefangen haben, mit Jesus zu leben, schau nicht, wo andere Menschen vielleicht sind, die vielleicht auf feinen beten können, die vielleicht wiedergekommen sind in Jesus zu leben, weil Satan weiß uns auf andere Menschen und sagt, wir schau mal, wie feinen die beten können, die kostet gar nicht so fein. Wenn wir haben, wir sind bestellt geblieben. Er muss nicht sagen, dass der Haar in unserem Meer ist, weil er weiß, wenn wir dort waren, dann werden unsere Eier gelegen sein. Er muss bloß nach verhindern, sein, dass wir nicht verbunden werden und glücklich sein in einer Eier. Ich wünsche euch das Thema, dass wir ein paar kleine Tipps mit rühren, dass wir in einer von anderen durch sein und in biblischen Eier leben, wo Gott in einem Meer sein kann, dann ist das Eier glücklich. Ich sage immer, wenn der Haar in der Meer ist, wo der Herr Jesus in dem Mittelpunkt ist, dann ist eine Eier oder Schreck von Paradies hier des Eier. Da kann es so schein gehen, weil man auf Tobleven und weht wie Christus uns geläuft hat. Das ist ein Verschmack, wo wir noch mal kommen werden, wo wir immer glücklich sein, ohne Fehler. Nach Peser Kapitel 5, 23, da sagt der Dämon ist der Haupt von der Früh, so Christus ist für die meint, wie heute ist der Rad für den Leib. So die Bibel merkt uns gemeldet, dass wir als Männer, wir sollen in der Ehe leben, in der Familie. Und das Haupt wird von so verstorben, wie man das sein hat, wie man das macht, alle in Kontrolle gehen, und wenn die Frau nicht dort hat, was ich gesagt habe, dann ich und er drücken und leiden, die Mutter tun, so ich gedacht habe, und dann wird wo bloß noch ein Boss stundet und wo die ganze Familie ran und so sein hat. Hauptsänen ist ein Unleiter zu sein. Das ist heute von der Bibel her, wenn Gott sagt, der Mond ist das Haupt, wir aus Männer, wir sollen so leben, dass unsere Familie ein Getrag kriegt, auch so leben, so wir leben. Hauptsänen heute ein Unleiter zu sein, ein Verbild zu sein in der Familie hat meine frühen Kinder können sagen, dass Papa leben, dass Dämon leben, dass Daddy leben, so wir auch kommen mit 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 gehen. Dort hat Hauptsänen ein Liebhaber zu sein, einer der seine Familie leufert. Ein Hauptsänen ist nicht jemand, der die Familie unter Dreck hat, sondern heute hat seine Familie verbildlich anläden und heute ist einer wenn die Familien leuf haben soll. Die Bibel sagt hier Dämon erst der Haupt so ist Christus der Haupt das für die Gemeinde für die Schoack aber heute ist der Radar auch für die Schoack Schoack wenn ich gemeint sei dann meine die geraten Menschen Wir können wirklich eine Schoack hören aber wenn wir nicht Jöses haben dann die verehnt und dort bild die Bibel von uns aus man wie sollen du sein an unsere Familie terraten nicht terraten dort im Himmel kommen dort allein der Jesus Christus aber wie sind du für unsere Familie terraten indem wir beworben dass wie ein Leuftol am Haus und ich denke wir kommen aus man bis hier mit uns etwas anders Gott hat uns gemerkt mit einem Charakter der wir können gleich der Schwan das Schaufen wir können die abheben aber wir haben eine andere Natur als die Frühe und dann denken wir die Familie in die Eue kann ich meine Natur abbrücken weil es nicht so ich sage mit Wünsch dann kann ich Lüut werden dann kann ich Dall werden dann kann ich vielleicht auch berallen aber die war endlich mal weiten ich sie das habe hier weil die Bibel red nicht von da die Bibel red von einem Liebhaber der Familie lebt hat weil die Familie raten die Familie an leiden die locken die kommt auch wo ich sehe und wenn wir in Christus sind wenn die Haare ins Mittelpunkt ist dann will wir die Familie leiden wo Jesus ist weil wir aus Männer wollen mit Jesus Top locken wir beten doch dass wir ein verbeid sein für unsere Familie für unsere Kinder und das ist die Aufgabe für unsere Männer und das zullen wir in dem Moment wo wir uns bevreden tun viele Frauen denken dass wir auch sein leiden wir vielleicht ist es auch so dass wir Männer denken mich interessiert das nicht das Haus an zu leiden ich das die frühe doch ich kann dass ich alle Sachen do aber wir bleiben verantwortlich in Gottes eeuwen das sagt uns hier der Mann ist das Haupt der Frau und das ist das wir das Mann wir haben mit Gott verantworten weil wir mit unserer Familie und mit unserer Familie ich will mich entwickeln zu einem Haupt dann wird das irgendwann betrunken die Bibel rät von und dem Tag wo wir sein Gott schlitten tun dann draht dem man die Verantwortung er war der frühe und die Familie schlitten und die Familie und Gott sind die eeuwen die verantwortung und dann muss an mitten merken dass wir genau das tun was Christus tut er sagt man läuft in frühe kreis Christus die man läuft und sich für die haf an die heft das nächste wo wir als man möcht an frühe zu laufen und in der Bibel dass vielleicht ein oder zwei mal reden davon dass die frühe sei man gut sein aber in der Bibel immer steht von man läuft in frühe man ist in frühe gut so ist wie man läuft anderen charakter so wir haben eine andere natur glück der so ich sage wir sind vielleicht ein bisschen kolder als in frühe in uns denken und das ist woran Gott sagt man läuft in frühe das ist eine abgo für uns man dass wir denken dass wir haben zu unserer Familie und we aus man will von der glück tour reden os man will dort aber nicht vertuschen wenn wir denken wir sollen unser früh das leif haben dass wir dann denken dass die sexualität gemeint dass ich mit ihr schlucken gehen und wenn ich meine früh wird gaudet wenn ich leif sehe dann wacht ich in return und ich muss sex haben diese leif wird hier von reden das eine auf opfernde Liebe das eine leif wird das nicht erwarten drei das eine leif eine entschädung mein nechsten gehen über gut zu sein ich will ihm gut sein ich will ihm gut tun das ganze Leben lang ich will die Person ich will glücklich machen für ganze Leben lang in Gottes Ewen sei wieder schuldig unsere Familie gut sein für ein du zu sein und Schutz zu be und dann das hat die wahre verglichen er sagt die man läuft in der kreis des christus der meint geläuft hat er hat sich verärend angehebt die hat klar hören das ist ein hand geben das ist nicht ein leif bewiesen am trink zu kriegen da würde alle ein nutzen sein hier ist ein hand geben in Bolivien von wo ich komme da wir auch noch korn akelen du es so dass uns korn die die rüben trinken warm und dann wurde ganz fremsel gefreten die ganze plant es ist ein Schlag wenn er sich nicht haben gemmert ich sage immer wie Osmaner wenn wir uns hand geben zu unserer Familie denn selbst wie so ein Korn steht und unsere Familie sind dort wo wir haben ein Reich uns ab zu gnobren wir haben ein eine dinge zu freuen die haben ein Reich um zu kommen um biblische Frauen zu stahlen an die haben all das Reich um den Führer sich nun zu lehnen weil das Schutz sein für die Familie die früh hat das volle Reich sich um zu lehnen und ihre Frauen beant zu stahlen wenn sie Probleme hat da sie volle Reicht haben weil uns Frauen aus Männer haben uns das Vertrauen an uns dass sie an uns lehnen können ich meine nicht wirklich scherp nicht lehnen sondern haben die das Vertrauen an uns wenn sie Frauen haben in ihrem Leben dass sie waren an sie doel saht an Frauen wie fehlen diese Sachen zu erklären wie denkst du die was besitzt du die Sachen als Familie Sachen sind Kinder Sachen sind wo immer dort ist als er persönlich Leben ist jose sagt das hier so das soll eine leute sein was ich hand geben das wenn wir als Männer dann wollen es nicht schaffen weil wir in Haus kommen von der Arbeit ich weiß wie wir wohnen in Manitoba in Kanada ich komme von Arbeit die Kinder kommen dann alle auch rum die werden auch drei von der Schule und dann ab dem Sofa und alle weh und wo teut ich ich sehe die Kinder gut spielen ich sie meint luk mit auch die Kinder können nicht dort schreien von den Fuder und die Bibel über Wollhaben von uns wir als Männer wir drehen die Verantwortung über die Familie bis ich zum Glauben kam dann habe die Kinder besucht die älter will auf joh dann möge ich das über Räume mit joh all die schlechte Dinge die ich angedie habe in dem Leben ich habe gesagt ich kann so sagen ich pflegt für meine Kinder ich stelle meine Dinge trage ich werde immer vergeten wenn ich ramm mein Holz hängen und sagen Papa we love you Kinder die sind rei für jeden Appel steht Gott will haben dass wir aus man sind dass wir für unsere Familie wir wollen viele Fehler merken weil wir sind das ist perfekt und wir sollen immer wahr vom Nied haben Os Mann das tun und Nächste lesen in Vers 27 Vers 5 der nicht plagenhaft sondern dass er heilig ist und ohne Fehler durchstunden ohne Runzel sagt das in der Juditsche Bibel Als Nächste verstehe ich wie wir als Mann wieder in der Verantwortung so dass Christus die Gemeins schützen das sie passen eher ab sie auch schuldig unsere Familie zu beschützen Wir kommen erst so dass wir nicht so leif toll sind unsere Familie wir haben nicht unseren Schutz wenn wir eine Familie nicht unseren Schutz haben wenn die früh bei uns nicht können unseren Schutz sein dann wird euer Leben schwer eine früh der hat Gott merkt dass ihr Leben in euer dort hat der Traz ein Po ab die Feiler Ich sage immer eine früh ist ein Sensor und wir aus Manner wie sind Cameras wir nehmen alles wo was Leben ist was unsere Eugen sein sei wie eine früh der sei schleich ungetrocknet ist wir nicht mal hinschicken ob unsere Eugen hand hat sein das ist ein Blitz und ist das alle durch wie aus Manner wie so ein camera und ab dort wir auch oberflächlich reagieren ob eine Früh der ist wenn ein Mann in Schwarz hat sein sei es ist ein Sensor sie feilt wenn der Mann hat die Tita für die Tita die Tita zämmere die vielleicht muss bifochen wenn sie abwaschen hat die Dank schön sein wenn sie Eten gemerkt hat die Baden immer gewaschen sind die Dank schön sagt dass die Früh in Süd steht die Worm mit Eten du es all diese Dinge das feilt eine Früh dann kriegt ein Verlangen im Mond das wird ganz anders wie uns das Männer verlangen nur nur in Säunen aber nicht wie eine Früh und wenn verstorben hier sagt wir Männer sind schuldig gerade in diesen Räumen unsere Eue Früh zu schützen wenn sie diesen Schutz nicht feilen dann wird sie schon ein verlangen trieben und nicht in sexuellen Gebiet weil sie kommen gar nicht wenn wir nicht sind unsere Familie zu schützen dann wird immer schwor an in Ehe und der Bibel sagt nicht umsonst dass Christus hier seine Mänt durchstrahlen soll heilig sein du soll nicht alle plagen sein sondern die soll heilig sein die soll untadlich sein die soll rein sein und das ist ein Bild für Schutz wie Christus sich bemähen an seine Mänt die rein zu holen und werden versächtig sein und wird wir wieder sein ehe an sein ehe partner wird wir wieder sein will wir dies angucken dann als nächstes lesen wir dort in 1. Petrus Kapitel 3 Vers 7 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 die leidet nicht durch oder knallt. Wir können durch ein Loch durchfahren und es wird durch den Weg ab und durch. Das Tee wird nicht ein Dach, als es war. Dort ist die Frage, dass wir uns als Mannen bekommen. Wir sollen gehen, wir sollen weg sein. Wir sollen geloten sein. Wir sollen sanftmütig sein. Worum? Damit unsere Gebäude nicht verhindert werden. Als euer Leben kommt, wenn wir als Mannen lüten werden, wenn wir doll werden, wenn wir umfangen zu werden. All diese Dinge sind hart. In Petrus macht uns möglich, wir als Mannen, wir sollen natürlich sein. Wir sollen weg sein. Damit Gott unsere Gebäude erheben kann. Vielleicht wundere ich manchmal, wir beden, was wenig passiert. Wähler wir uns als Mannen fragen, können wir sagen, dass wir auf einem Kreis unter dem Stich stehen. Dass Gott unsere Gebäude nicht erheben kann, weil wir sind hart. Ich wundere, wenn du, als ein Mann best gut gewesen warst, was er mit dein Gebäude leben? Nächste Woche, der zweite Punkt von dieser Botschaft an IE von Ältester Donald Niefel, der Koop die Kost hier sein. Du hast hier gehaucht mit der Eifengelische Botschaft Radio-Programm. Mein Name ist Wes Heppner. Dankeschön für hier sein. Unsere Adresse ist der Eifengelische Botschaft, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, via SO. Noch einmal, The Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK 4SO. Uns Phone number, wo ihr könnt uns kontakten, oder wenn ihr würden, wenn ihr das Programm jeder Weg geschickt, ist ein WhatsApp-Grupp als 301-230-7807. Heimel 306-230-7807. Uns Website, wo ihr könnt online geben und Programm harken, ist GospelMessageRadio.com. Heimel GospelMessageRadio.com. Dankeschön für hier sein. Ich wünsche, die Gottes Segen, besonders in dienen Eien. Und vielleicht aus meiner können wir hören und harken, was wir haben gelebt von der, der ich die Botschaft in der Unwanderung sein, was von der Eingeschreiter kann merken in unser Ei. Gottes Segen für Jund für das nächste Werk. Gratis all meine Träume, gratis all meine Angst, Gottes, gratis all die vor allem und ein Konzoy, nicht Konzoy. Gratis all meine Fräume, gratis den Goddass, Gottes, gratis all die vor allem und ein Konzoy, nicht Konzoy. Gratis all meine Träume, gratis all meine Angst, Gottes, gratis all die vor allem und ein Konzoy, nicht Konzoy. Gratis all meine Fräume, gratis all die vor allem und ein Gottes, gratis all die vor allem und ein Konzoy, nicht Konzoy. Gratis all meine Fräume, gratis all meine Nörg, Gottes, gratis all die vor allem und ein Konzoy, nicht Konzoy. Gratis all meine Fräume, gratis all die vor allem und ein Konzoy, Gott, gratis all die vor allem und ein Konzoy, Gratis all meine Träume, gratis all meine Angst, Gottes, gratis all der vor allem und ein Konzoy, nicht Konzoy. Gratis all meine Fräume, gratis all die vor allem und ein Konzoy, Gottes, gratis all die vor allem und ein Konzoy, nicht Konzoy. Ja, das soll, mindre, komm, ja, das soll, mindre, fing Ja, das soll, mindre, komm, 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 ja, das Gratas und vor das, gotas, gratas, holdet, boi, wo reich und soin, und ich kon soin. Gotas, gratas, holdet, boi, wo reich und soin, und ich kon soin. Gratas und vor das, gotas, gratas, holdet, boi, wo reich und soin, und ich kon soin. Gratas und vor das, gotas, gratas, holdet, boi, wo reich und soin, und ich kon soin. Gratas und vor das, gotas, gratas, holdet, boi, wo reich und soin, und ich kon soin. Gratas und vor das, gotas, gratas, holdet, boi, wo reich und soin, und ich kon soin. Gotas, gratas, holdet, boi, wo reich und soin, und ich kon soin.